So, also ich möchte mal zeigen, dass ich schon mal auf was für Höhe bin. Mühsam war das jetzt. Wir sind halt echt ansprangend. Ja, wir sind zick auf 1200. Jetzt kommen wir nachher da mal ein bisschen recht links Wald hinein und schaue ich mal was es so gibt. Viele Fliegenpilze habe ich schon gesehen, aber im Moment noch keinen Fichtensteinpilz. Wir sehen uns nachher. So, schon einmal die ersten zwei Steinpilze habe ich schon gefunden. Dann gehen wir noch mal raus. Ganz frisch und schön. Einmal und ganz schön und da ist ein kleiner. So, jetzt schauen wir weiter. Dadurch, dass wir heute allein nicht unterwegs sind, wird es ziemlich kurz. Weil ich war jetzt vorhin in einem anderen Gebiet und da war gar nichts los. Boah, jetzt sind wir schon ein bisschen kaputt irgendwie und ich. Jetzt schaue ich mal weiter. Da haben wir jetzt der nächste Steinpilze. Was mir kam ist und ich finde, also seit einer Woche Paschka Hexen. Ich drehe die anderen mal raus, so dass sie dann sind. Schauen wir mal, wie schön der nächste Steinpilze. Hier ist der Steinpilze. So schön. Ich nehme jetzt auch mit. Überständige sind auch da. Ah, jetzt Emi hockst du nicht auf mich hoch. In Ordnung ist das. Jetzt sind wir schon sechs Stunden unterwegs. Jetzt muss ich langsam schon, dass ich zum Ende komme. Ist jetzt der nicht kitschig schön im Hang? Also total schön. Ja, ist der süß. Ich weiß nicht, der hat anhand und juckt nicht mehr drauf. Jetzt steht sie da. Die lästige Kuh. Dann nehmen wir sie auch mit. Also das ist ja ein Traum. Der ist echt wunderschön. Meegaschön. Da habe ich eine richtige Gäude. Jetzt hat es sich rentiert. Dann müssen wir ihn auch noch zurück. Für uns ist halt alles gar nichts klar. Es ist alles steil. Aber bei so einem Fund. Und ich stand jetzt da wirklich. Boah, Entschuldigung. Das sieht man. Nein, das kann ich gar nicht filmen. Das ist so schräg. Darum muss ich aufpassen. Dann nehmen wir mit. Also der ist ja sensationell. So ganz ein kleiner und frischer. Ich drehe euch jetzt einmal raus. Und einmal der nach. Der ist halb halb schon. Total süß. Oh, ganz frisch. Jetzt sind wir echt dankbar. Da finden wir noch einiges. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir noch am Rückweg finden. Aber der ist ja echt. Also die sind total lieb. Die Sonnenseite ist heller. Und die Schattenseite ist dunkler. Tricolore. Nehmen wir mit. So, also. Ja. Anstrengend. Immer habe ich mich verzettelt. Ich bin auf dem zweiten Berg. Darum habe ich ein Steinbild gefunden. Egal. Bei uns ist es so. Die ganzen. Es kommen schon ganz viel Fliegenpilz. Aber so die richtige. So ein richtiger Schub von der Fichtenstein ist. Ist nicht dummer. Und. Was mich wundert. Kornperlpilz. Kein Hexe. Im Moment ist es echt nur. Ganz viele Sommersteine ist. Und ich schnufge. Es ist einfach ein Stein. Sommersteinpilz. Und heute habe ich. Zwei kleine Fichtensteinpilz gefunden. Ja. Äh. Wie gesagt. Bei uns sind die Fliegenpilz. Jetzt schauen wir mal. Was sich demnächst tut. Und dann werden wir. Berichte. Aber schon immer nach. Mega schön. Also. Ich bin auf dem Berg. Kein Flachland. Berg. Emi. Ich bin schon froh, wenn wir zu Hause gehen. Die blöde Kuh ist immer noch auf dem Berg. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Viel Glück im Wald. Und. Wenn der kein Glück hat. Und dann mal nichts finden. Genießt die Natur. Es ist so mega schön. Ciao. Ja. Das möchte ich auch mal noch machen. Das ist mir jetzt gerade auch. Da ich eh alleine unterwegs bin. Kann ich da jetzt mal ein bisschen ein Video machen. Wo ich rede. Ähm. Ich möchte mich mal. Also beziehungsweise mir. Möchten uns bedanken. Für alle. Wer uns begleiten. Wo dabei sind. Wo abonnieren. Wo gefällt mir drücken. Wenn wir was nicht wissen. Ich nicht kommentieren. Und. Ich möchte euch zeigen. Wir machen es wirklich als Hobby. Ja. Also. Wir machen da keinen Doktor. Und. Darum wackelt. Oft einmal die Wildführung. Bei mir. Furchtbar. Weil ich das Handy umgehängt habe. Weil ich alleine bin. Denn. Oh. So. Muss ich auch nicht gerade. Da irgendwas machen. Ja. Wir sind halt wie wir sind. Und. Da denke ich halt an. Das gefällt. Oder gefällt nicht. Wir verstellen uns nicht. Und. Wenn man. Was genauer. Wissen will. Dann gibt es andere Kanäle. Wo das besser erklären. Wir haben immer geäußert. Wenn wir was nicht wissen. Und. Erschreibend. Und. Ja. Das ist einfach cool. Uns taugt das. Wenn ich es schon gesehen. Ja. Mal schauen. Vielleicht im Winter. ein neues Projekt. Das wir. Ein neues Projekt. Das wir. Ein wenig. ein bisschen. Autark. Campen können. Mal schauen. Was wir da vorhanden. Wenn wir es machen. So. Auf dem Kanal machen. Und. Ich will da echt. Einmal Danke sagen. Erstens. Ist es nicht selbstverständlich. Und. Ich denke halt. Schon. Vielleicht können wir. Manchen. Erfreut. Wenn sie die Videos. Auch schon. Denken die. Die Vorhafenköpfe. Sind. Wir haben es immer lustig. Und. Ja. So soll es sein. Du. Schaffen. Hat man eh schon viel. Zum tun. Und. In der Freizeit. Ist das einfach schön. Aber. Wenn man. Bis es jetzt. Wie war es. Jetzt muss man es schon. Vorher ist. Vorbei. Der hat gemeint. Irgendwie. Ist ein kleiner Fuchs. Hilfe du. So. Jetzt sind wir an der See schon. Jetzt wird es. Fünfe. Langsam wird es wieder dunkel. Das ist unser letztes Mal passiert. Darum haben wir. Die Fahrradliefte. Als Taschenband benutzen. Wir haben das nächste. Zweite Video angehängt. Äh. Dort haben wir einiges. Da noch gefunden. Mit der grausen Lücke. Äh. Ja. Der Wald ist jetzt schon richtig dunkel. Jetzt muss ich angasen. Also. Danke für euch. Schönen Abend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Video. So. So. Ich habe jetzt gleich noch. Drei. Fichtensteine gefunden. Aber ich habe mir gedacht. Das ist eh langweilig. Wenn euch immer es geht. Aber schon einmal. Was ich da habe. Gut. Es ist eine Hexe. So schön. So schön. Aber dadurch dass ich jetzt. Nass und Schädin. Ups. Das finde ich verrutscht. Nur die Hexe. Das lasse ich jetzt. Weil die muss ich länger anbraten. Weil die ja. Nicht roh essbar sind. Wie jetzt ein Steinpilz. Wo ich so schnell anbräuteln kann. Die lasse ich jetzt da. Schweren Herzens. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht.